Ja, liebe Turniersportfreunde, es ist soweit, die Turniersaison hat begonnen. Und für euch jetzt grundsätzlich einfach erstmal die Überlegung, wo will ich hin, zu welchem Turnier möchte ich gerne fahren. Ihr müsst euch vom Kopf her einfach erstmal Gedanken darüber machen, wo will ich dieses Jahr überhaupt noch hin. Wir sind schon so ein bisschen mittendrin in der Saison, deswegen ist es ganz wichtig für euch, euch einfach erstmal im Kopf klar zu machen, was ihr wollt. Grundsätzlich müsst ihr euch die Frage stellen, erfülle ich überhaupt die Grundanforderungen, um Turnier reiten zu können? Das heißt, habt ihr eure Jahresturnierlizenz beantragt? Ist euer Pferd richtig geimpft worden? Habt ihr erstmal alle Formalitäten erledigt, um überhaupt an einem Turnier teilnehmen zu können? Das ist schon mal ganz wichtig, denn davon hängt letztendlich eben auch euer Turnierstart ab. Ihr müsst euren Pferdepass kontrollieren, ihr müsst gucken, ob eure Impfungen vollständig sind. Und wenn das Pferd dann dementsprechend gerade kurzfristig geimpft worden ist, müsst ihr eben auch wissen, dass ihr auch noch eine besondere Zeit benötigt, um überhaupt erst aufs Turnier fahren zu dürfen. Wenn das natürlich alles vorausgesetzt auch positiv erledigt ist, dann kommt ihr erstmal zu euch und überlegt, wo stehe ich denn gerade im Moment? Habe ich erstmal einen großen Trainingsrückstand, weil ich nicht die Möglichkeiten hatte, mich und mein Pferd überhaupt springmäßig auf ein Turnier vorzubereiten? Dann müsst ihr euch eigentlich erstmal Gedanken über einen Trainingsplan machen. Und dieser Trainingsplan, der auf der einen Seite euch Sicherheit gibt, auf der anderen Seite aber auch sicherstellt, dass euer Pferd genügend gut vorbereitet ist, ist eben ganz, ganz wichtig. Dazu würde ich mir das auch immer mal ein bisschen aufschreiben, gucken, welches Turnier ihr vielleicht anpeilt oder welche Turniere über die Saison verteilt. Vielleicht auch mit einem Höhepunkt, den ihr für euch selber setzen wollt, eben ganz wichtig, sich mal aufzuschreiben. Dann sieht man eben auch ganz schnell, in welcher Häufigkeit diese Turniere kommen. Ihr müsst euren Zeitplan dementsprechend abstimmen, dass ihr genügend Zeit habt, eben euch für jede Veranstaltung eben auch passend vorzubereiten. Wenn dieser Plan steht, dann geht ihr daran, das einzelne Turnier erstmal zu planen. So, ihr braucht sicherlich einen gewissen Vorlauf, was euer eigenes Training anbelangt. Das heißt, ihr müsst euer Training eben dementsprechend so ausrichten, dass ihr die Anforderungen, die auf dem Turnier auf euch zukommen, sicher zu Hause im Training auch ableisten könnt. So, das heißt, wenn ich jetzt auf dem Turnier mein erstes E-Springen mal wieder langer Zeit reiten will, dann sollte ich sicherlich zu Hause in der Arbeit auch schon so mit meinen Fertigkeiten fortgeschritten sein, dass ich in der Lage bin, eine Etage höher, also vom Niveau her in Klasse A reiten zu können. Denn wenn ich da schon sicher bin, dann kann ich mir ziemlich sicher sein, dass es eine Klasse niedriger in der Klasse E eben auch relativ sicher klappen wird auf dem Turnier. Passieren kann immer noch mal was, aber wichtig ist eben, dass ich im Training schon so sicher in den Anforderungen bin, die ich auf dem Turnier leisten will, dass dementsprechend von daher eigentlich gar kein Problem passieren kann. So, dann solltet ihr natürlich auch dementsprechend erst schon mal euer Training in den Anforderungen langsam steigern. Nicht gleich denken, ich will aufs Turnier, jetzt muss ich trainieren und jetzt muss ich gleich die Sprünge hoch und breit auf das geforderte Niveau machen, sondern ihr müsst erst mal wieder überprüfen, seid ihr in der Lage, den Rhythmus, der gefordert ist zwischen den Sprüngen, das heißt Reiten von Distanzen, seid ihr da schon wieder sicher genug, dass ihr dementsprechend sicher die Vorgaben dem Pferd machen könnt, wie diese Distanzen einzuteilen sind. Ist eure dressurmäßige Ausbildung gut genug? Ist die Grundlagenausdauer eures Pferdes gut genug? Ist eure eigene Grundlagenausdauer auch gut genug, um dementsprechend diese eine Minute, was sich jetzt nicht viel anhört, aber wenn ich mal eine Minute lang im leichten Sitz durch den Parcours reiten soll, ist das schon ganz schön kräftezehrend. Und daher müsst ihr auch offen mit euch selber umgehen und euch selber überprüfen dabei. Und das sind alles so Faktoren, die muss ich einmal erst mal über das Training gewährleisten und sicherstellen. Wenn ich jetzt nenne, habe ich die Möglichkeit, in vier Wochen Turnier zu reiten. Aber glaubt mir, aus der Erfahrung heraus ist es so, dass diese vier Wochen nicht ausreichen dafür. Ihr solltet also sicherlich sechs bis acht Wochen Vorlauf haben, um dementsprechend all diese Sachen mit in euer Training integrieren zu können, weil ihr sonst viel zu viel in zu kurzer Zeit machen müsst. Und im Training geht dann auch mal was schief, dann muss ich erst mal wieder von den Anforderungen ein bisschen runtergehen, um mich dann wieder langsam und sicher nach oben zu arbeiten, um das Vertrauen bei dem Pferd zu erhalten. Und das sind einfach diese Punkte, die ganz, ganz wichtig sind in dieser Vorturnierplanung, bevor es überhaupt zum Turnier geht, um dann dementsprechend mit einem guten Gefühl und einem sicher vorbereiteten Pferd zum Turnier zu fahren. Auch wenn ihr zum Turnier fahrt, ist es ganz wichtig, was ist da für ein Geläuf auf dem Turnier. Das heißt, habt ihr den richtigen Beschlag dafür? Ist es ein Rasenplatz? Braucht ihr Stollen dafür? Dann, auch aus eigener Erfahrung spreche ich darüber, kontrolliert die Stollenlöcher, die euch der Schmied da reingemacht hat, eure Stollen da reinpassen. Oder ob ihr vielleicht mit einem ganz anderen Gewinde gearbeitet habt, die Stollen in eurem Stollenkasten. Das sind alles so Kleinigkeiten, die müsst ihr im Vorfeld erst schon mal abklären, ob diese Grundvoraussetzungen gegeben sind. Und dann, für die direkte Vorbereitung aufs Turnier, auch nochmal euer Pferd zu verladen. Geht der überhaupt noch auf den Anhänger rauf? Der war jetzt vielleicht anderthalb Jahre gar nicht mehr auf dem Anhänger. Und auf einmal geht es morgens zum Turnier, die Zeit ist kurz und auf einmal geht er nicht mehr auf den Anhänger rauf. Also versucht einfach einmal ein kleines Trainingsturnier, verabredet euch mit euren Kollegen irgendwo auf einer Nachbaranlage. Die kommen mal zu euch, ihr fahrt mal zu denen und simuliert einfach mal Turnier und fahrt dann dahin. Setzt euch so ein kleines Zeitfenster, wo ihr sagt, so dann und dann wollen wir reiten. Dementsprechend euer Abreiten, euer Vorbereiten, dann diesen Trainingsparcours mal irgendwo zu reiten und eben das ganze Prozedere, was um das Pferd herum passiert. Also eben das Fertigmachen, das Satteln des Pferdes. Wie gesagt, das Verladen hatten wir schon besprochen. Das Stollen reindrehen. Guckt vorher, dass die Stollen auch funktionieren. Zu Hause schon mal reindrehen, wieder rausdrehen, gucken, dass die Gewinde funktionieren. So, dass alles, sag ich mal, seine Ordnung hat. Denn wenn es dann auf Turnier geht, da passiert immer noch genug nebenher, was unversehbar ist, damit ihr auf jeden Fall mit den normalen Sachen nicht mehr in Bedrängnis kommen könnt. Das ist dann, wenn die Besten Augen rumt. Das ist dann, wenn wir in Bed ... ...n Direkt diesen, dass die Besten Augen nur wieder ecst, aber wir schauen eins an, wenn wir dann sicher sein. Vielen Dank.